Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger. Gut, Rüdiger. Ich habe bereits auf euch gewartet. Schön, dass ihr wieder da seid. Hervorragend. Denn es geht weiter mit Drachenlord Classic. Heute 110 bis 113 von den Vlogs. Wir sind mal wieder gespannt, was Reini uns zu erzählen hat. Ob es mal wieder viel gab in seinem Leben. Ob er viel gearbeitet hat, was er uns natürlich alles zeigen wird. Die Ruhe von den Hatern, die er komplett ignoriert. Wir dürfen gespannt sein. Aber wir schauen mal an, wie er da sitzt. Heute hat er tatsächlich ein Polo an, ein orangenes. Und trägt einen grauen Kapuzenpullover, der glaube ich noch später mal in der Nach-MPU, der Nach-Ranger-Staffel noch an Bedeutung gewinnen wird. Da läuft er öfters mal in diesem Ding rum. Dann nimmt man das auch mal richtig wahr. Draußen ist es nämlich kalt und eine richtige Jacke hat er ja nicht. Und hinten, der Duschvorhang sieht immer noch aus wie immer. Die eine Ecke hängt runter. Das wird auch wahrscheinlich nicht mehr richtig gemacht, dass es vernünftig aussieht. Das musst du halten. Ein Greenscreen ist es ja nicht. Sonst würde man ihn ja benutzen. Naja, Reini, hau rein. Was hast du uns zu erzählen? Und ja, ich trage Orange. Super süß. Übrigens, Meddle-Leute. Einer muss euch ja begrüßen. Wollte gar keine Absicht, aber passt ja gut zu meinem zukünftigen Outfit. Also zunächst mal, ich habe jetzt in der letzten Zeit... War das eine Anspielung auf Gefängniskleidung? Bezweifle mal, dass die in Deutschland noch Orange ist. Aber ich werde mal nachschauen. Eine Sekunde. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt in Deutschland vorgeschriebene Gefängniskleidung. Aber die ist natürlich nicht Orange. Die ist auch nicht gestreift oder klischeehaft. Die sieht aus wie Alltagskleidung. Aber was ich auch gesehen habe, ich war auf der Seite von Köln-Ossendorf und die haben einen Gefängnisshop. Natürlich, da gibt es ja auch Ausbildungsmöglichkeiten. Da wird wirklich gewuselt und gewerkelt. Und das sieht aus wie Außerbehindertenwerkstatt. Jeglicher Holzdeko-Schrott, den man sich nur vorstellen kann für alle Festlichkeiten. Irgendwelche Kleiderhaken, die man sich an die Tür hängt, in Dackelform. Ein schrecklicher als das andere. Und ich habe noch etwas gefunden. Und zwar im Gefängnisshop des Gefängnisses Münster. Für gerade mal 1621,30 Euro. Ein Drehsesselmodell XXXL. Und naja, ich hatte eigentlich die Idee, das könnte man ja gebrauchen. Aber dann habe ich mir die Beschreibung angesehen. Und da sehen wir so für Personen von 120 bis 200 Kilogramm. Und dann wird klar, XXXL reicht nicht. Wir müssen mindestens 7X haben, so wie bei den Hosen auch. Weil sonst wird er sich mal irgendwann auf seinen Stuhl draufwerfen. Und dann sitzt er eine Etage tiefer. Zurück von dem kurzen Ausflug in die Welt der Gefängnisse und der Gefängnisshops geht es weiter mit Reini. Ich hatte ja kaum Videos hochgeladen. Das lag daran, dass ich jeden Tag gestreamt habe. Das habe ich jetzt heute, also am Freitag nicht getan. Äh, ähm, ich habe keine... Also, nicht gestreamt. Keinen Bock auf Arbeiten. Kann ich verstehen. Vlogs gemacht, weil ich eigentlich nichts zu erzählen hatte. Die meiste Seite haben wir ja im Vlog, haben wir ja im Stream darüber geredet. Ähm, zwischendurch hatten wir noch Ding gestreamt. Äh, Dings. Ja. Ähm, warum labere ich so einen Scheiß? Ähm, äh, ich habe also nur den Ding gemacht. Äh, ähm... Ja, Reini, heute hast du uns aber anscheinend auch nicht wirklich viel zu erzählen. Dings hast du gemacht, dann noch Ding und, ja, mehr nicht. Aber ich bin mir sicher, du hast noch ein Ass im Ärmel. Ein Thema, was immer kommt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Hm, ähm, Dragon... In Dragon Monday als Stream. Entschuldigung. Musst du aufstoßen. Ja, mein Gott. Wir sind ja auch schon 45 Sekunden im Video. Wenn man aufstoßen muss, das kann passieren. Natürlich, wenn man was vorher getrunken hat, wenn man was gegessen hat, wenn man eh chronisches Sodbrennen hat, ähm, dann kommt sowas schon mal vor. Aber man hat ja die Möglichkeit, in einem Video, A, nach so kurzer Zeit nochmal neu anzufangen. Oder, noch alternativ, das Ganze rauszuschneiden. Aber beides ist natürlich mit Mehraufwand verbunden. 45 Sekunden im Video, das heißt nochmal das Ganze neu, 45 Sekunden neu machen, dann das alte löschen, nochmal auf Starten klicken. Das sind insgesamt vielleicht 50 Sekunden Arbeit. Und wenn man so viel beschäftigt ist, dann geht das natürlich nicht. Und Schluckauf hab ich auch toll. Äh, äh... Beste Voraussetzung, um mal ein Video aufzunehmen. Man muss aufstoßen und hat Schluckauf. Hervorragend. Das ist Qualität. Das ist Güte Klasse 1. So wird man ein YouTube-Welster. Gronkh, Unge, Alplali, guckt auf diesen Mann. Metroid, äh, nicht Metroid. Phantom, äh, warte jetzt, wie heißt's? Phasmophobia haben wir gespielt. Äh, genau. Ähm... Mal kurz ein Akkippe ziehen, damit die nicht ausgeht. Ähm, genau. Passt du oder rauchst du? Und das war im Prinzip alles, was wir so die Woche gemacht hatten. Jetzt ist die Frage natürlich letzten Endes, äh, warum kommt jetzt im Moment nicht so viel? Im Moment ist es ja jetzt so, dass die Gerichtsverhandlung vorbei ist. Und natürlich geht es weiter mit der Gerichtsverhandlung. Das ist mir die Kippe. Ich hasse sowas. Ähm... Ja, Reini, rauchen ist eh ungesund. Und wenn du das nicht hinbekommst, lass es doch einfach sein. Spaß und Geld. Du wirst deiner Gesundheit einen Gefallen tun. Lass es einfach. Damit wir jetzt nicht den ganzen Rauchen in der Kamera haben. Also, ähm, wieso gefallen es dir jetzt so extrem? Wir hatten den, äh, Stream gemacht von, äh, Quatsch. Weil jetzt dadurch, dass die Gerichtsverhandlung rum ist und ich ja meine Zukunft planen muss für die nächsten ein, zwei Jahre. Äh, unabhängig von, äh, dem aktuellen Urteil. Weil das aktuelle Urteil ja noch nicht, noch ist es nicht rechtskräftig. Es ist ja auch ein Einspruch gekommen von der, äh, drüb 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 drüb. Ich habe den Namen vergessen. Von der Staatsanwaltschaft. Und dann auch... Die wollen dich noch länger im Knast da behalten, oder? Das ist natürlich sehr bitter für dich. ...nochmal von meinem Anwalt. Eine Berufung geht das Ganze jetzt ans Landrat, ans Landgericht. Was das jetzt genau für mich bedeutet, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es geht um deine Zukunft. Du wolltest die nächsten ein, zwei Jahre deines Lebens planen. Und du hast nicht mal mit deinem Anwalt darüber gesprochen, was man als nächstes machen kann? Ähm, es geht jetzt natürlich erst einmal so das Gerücht um unter den Hatern. Oh ja, der kriegt auf jeden Fall noch eine höhere Strafe. Auf der anderen Seite kommen Leute, da hatte ich heute einen Typen, der wieder mal komplett planlos war. Das war wieder mal so ein Typen, der hat eine... Ist der mit dir verwandt vielleicht? Also ich kenne jetzt noch jemanden, der völlig planlos durchs Leben geht. Ich sage aber nicht wenig damit meine. Eine Aussage von mir bekommen. Äh, ich habe vor einigen Jahren eine Aussage in einem Stream auf YouNow gemacht, die total verwerflich ist, was aber eigentlich nur ein dummer Spruch ist, beziehungsweise ein sarkastischer Spruch der alten Männer früher am Stand... Ja, und es geht wieder um kleine Mädchen, habe ich das Gefühl. Das ist echt kein gutes Thema für dich. Das fällt dir öfters mal auf die Füße. ... am Tisch zum Beispiel. Ähm, und ich bin mit solchen Sprüchen aufgewachsen und habe dann halt einen Spruch gedroppt, der, äh, wenn man den Sinn dahinter ergründet, erst einmal völlig verwerflich ist, der aber letzten Endes eigentlich nur eine Sache ist. Ein dummer Spruch. Ja, Reini, du vergisst aber wieder, dass du im Internet omnipräsent bist. Jeder weltweit kann darauf zugreifen. Und wenn du sowas halt ins Internet brüllst, kriegst du dafür ein negatives Feedback. Das sollte dir klar sein. Und wenn dir das öfters passiert, ist das Internet vielleicht nicht der richtige Raum für dich. Das sollte dir klar sein. Ich stehe nicht auf Kinder und ich finde Leute, die auf Kinder stehen, krank und pervers und asozial. Und ich möchte ja nicht sagen, wer sich entschuldigt, der klagt sich an. Aber das ist wirklich ein roter Faden, der sich immer durch dein Leben zieht, dass solche Vorwürfe kommen. Es ist ja momentan ganz krass, was da bei, äh, Uwe, ähm, in einer anderen Wohnung da mit diesem Kind passiert sein soll. Also ich hoffe natürlich, da ist nichts vorgefallen. Ähm, ich möchte Reini das auch nicht vorwerfen, dass da irgendwas war, solange das nicht in irgendeiner Weise bestätigt ist. Aber es ist schon auf jeden Fall skurril. Äh, solche Leute sollen sich helfen lassen. Ich schaue übrigens, äh, gerade bloß meinen Desktop an. Ähm, es ist so, dass ich in der letzten Zeit öfter so Nachrichten bekomme, wie, äh, du Pädophile, bla 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 bla. Ich bin nicht Pädophil. Ähm, die Aussage, die ich... Ja, ich glaube auch nicht, dass du Pädophil bist. Aber du hast halt sehr komische Fantasien. Sehr, sehr komische. Das liegt wahrscheinlich daran, dass, dass du halt viele Phasen des Lebens nie mitgekriegt hast. Du hast keine Beziehung gehabt. Du, du hast dein erstes Mal nicht wie die meisten gehabt. Irgendwann zwischen, weiß ich nicht, 16 und 25. Das ist bei dir halt alles, äh, ausgefallen. Und deswegen werden deine Fantasien halt immer extremer. Und, äh, ja, das heißt natürlich nicht, dass du sowas auslebst. Aber es ist doch schon ziemlich skurril. Und wenn du dann halt Sachen in diese Richtung äußerst, ähm, das wird halt nicht gut aufgefasst. Damals getätigt hab, ich werde sie wiederholen, in Anführungszeichen nochmal hinzufügen, dass man, wartet mal, ich mach mal eben die Kippe aus. Ähm, ich will aber nochmal anmerken, dass es wie gesagt nur ein dummer Spruch ist. Es ist ein dummer Spruch von alten, dummen Männern, die einfach nur in den Spruch gerissen haben, damit aber absolut nichts Böses gemeint haben und auch nichts Böses gemacht haben. Und generell nichts in die Richtung. Der Spruch lautet, es gibt nicht zu jung, es gibt nur zu eng. Finde ich auch. Ja, Rainer, ich muss auch sagen, den Spruch hab ich auch mal gehört. Da war ich selber 16 und auch von einem 16-Jährigen. Das war wirklich auch dummer Kinderhumor. Es hatte auch noch sein Absurdes, weil wir halt selber noch minderjährig waren. Ähm, aber wie gesagt, du bist im Internet. Da sollte dir klar sein, du kriegst das gegengehalten, wenn da irgendwas Negatives ist. Und sowas fällt halt auf dich zurück. Und das ist ein dummer Spruch. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Bei uns gibt's tausende und abertausende solche Sprüche. Ich hab jetzt kein konkretes Beispiel, weil ich mir keine Gedanken drüber gemacht hab. Ähm, und weil solche Sachen, solche Sprüche kommen halt zwischendurch einfach mal so raus, wenn man halt sich unterhält oder so. Ja, Raini, du unterhältst dich aber nicht. Du machst Programme im Internet. Du hast Zuschauer. Viele. Und sowas verbreitet sich natürlich auch. Sowas reproduziert sich. Und wenn es negativ ist, wahrscheinlich noch viel schneller, als wenn es positiv ist. Da muss man halt aufpassen. Die Situation ist in diesem Livestream damals der Fall gewesen. Und da hab ich halt einfach nicht drüber nachgedacht. Aber natürlich wär das natürlich von Leuten gleich wieder gegen mich verwendet. Ähm, was ich allerdings noch verwerflicher finde, ist, dass mich dann irgend so ein Honk anschreibt auf meiner privaten Handynummer. Damit schon mal mein komplettes Privatrecht missachtet. Dann mir auch noch Sachen vorwirft, von denen er absolut keine Ahnung hat. Wie kommt der denn an deine Handynummer? Schickst du die irgendwie an tausende Personen raus? Also, ich möchte auch nicht, dass meine Internetadresse, meinen Wohnort, Mailadresse, sonst irgendwas halt in der Welt kursiert. Aber man sollte halt auch ein bisschen auf seine Daten aufpassen. Das hast du halt nicht gemacht. Mein bestes Beispiel, komm zu mir. Die Adresse schön ins Internet gebrüllt. Das war dein erstes Video. Es hatte zwar kaum Auswirkungen, weil zwei Jahre danach hat's gedauert, bis die ersten Leute überhaupt bei dir waren. Ähm, das wird ja in den Medien teilweise ganz anders dargestellt. Dass du deine Adresse genannt hättest am nächsten Tag, war quasi schon das Schanzenfest. Das ist natürlich völliger Unsinn. Aber nichtsdestotrotz, du bist eine Person in der Öffentlichkeit. Und natürlich, wenn deine Daten irgendwo da öffentlich zugänglich sind, das wird natürlich auch irgendwie genutzt. Man könnte dir jetzt auch einfach empfehlen, eine neue Handynummer zu besorgen. Aber wenn du die danach natürlich wieder irgendwo rausbläst, bringt das natürlich nicht viel. Dann mir noch die Krätze und den Teufel an den Hals wünscht und gleichzeitig das Ganze mit seiner Anonymität im Internet nutzt. Da fragt man sich, hast du eigentlich eine Ahnung, weswegen ich verurteilt werde oder wurde? Er hat nämlich gesagt in seiner Nachricht, ich hab sie jetzt nicht mehr da, die hab ich ja gelöscht. Ich hoffe, du landest bei den ganzen Kinderschänden, bla 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 bla. Wenn ich bei den Kinderschänden landen würde, würde ich wahrscheinlich dem einen oder anderen eine klatschen. Wahrscheinlich mehreren. Weil ich in der letzten Zeit auf TikTok öfter mal Videos gesehen hab, wo Leute sich über Kinderschände aufgeregt haben, wo ich sagen muss, find ich auch ungerecht, find ich auch asozial. Aber es gibt tatsächlich... Du findest das ungerecht? Also Menschen, die sich an Minderjährigen vergehen, gehören halt von der Gesellschaft separiert. Das darf halt nicht wieder vorkommen. Das sind halt kranke Menschen, die ihre Macht missbrauchen. Natürlich, die müssen irgendwie separiert werden. Das ist doch ganz normal. Ich hab immer wieder Leute, die halt Kinder schänden, also sprich pädophil sind und Freisbruch bekommen, beziehungsweise, naja, die bekommen halt letzten Endes einfach nur eine Geldstrafe und kommen auf Bewährung raus und... Das ist doch völliger Quatsch. Also wer sie... Das Problem ist natürlich, sowas kann verjähren. Das finde ich ist auch eine riesen Unverschämtheit, sowas. Das sollte nicht passieren. Aber wenn jemand verurteilt wird wegen sowas, der kommt doch nicht mit einer Geldstrafe davon. Das ist doch völliger Quatsch. Und mich sperren sie ein. Fraglich. Dazu kommt, dass ich mich mein Leben lang gegen Rassismus, Nationalsozialismus... Das ist ja wieder die absolute Lügenplatte, die jetzt wieder spielt und die sich dreht. Das schöne Lü-Lü-Lü klingt wieder durch alle Gassen. Und wir wissen, was du für ein Typ bist. Wir kennen deine Vergangenheit. Wir haben Videos gesehen, wie du früher drauf warst. Da könnte man sagen, okay, es ist deine Vergangenheit. Wir alle machen Fehler und wir alle haben Sachen, auf die wir nicht stolz sind. Aber du wohnst jetzt bei diesem komischen NS-Uwe und erzählst auf der anderen Seite, dass du dich gegen Nationalsozialismus einsetzt. Das beißt dich ein wenig. Das ist dir schon klar, oder? ...Gegen jegliche Art von Ungerechtigkeiten gestellt habe und mein Leben lang versucht habe, anderen Menschen zu helfen. Ja, genau. Wie zum Beispiel die Menschen an der Ahr. Meine Eltern haben zu der Zeit in Ahrweiler gewohnt. Und die saßen dreieinhalb Tage in ihrer Wohnung fest, zu Glück im zweiten Obergeschoss. Aber natürlich, es war eine Katastrophe da. Bis heute ist da noch nicht alles wieder aufgebaut. Das ist noch weit weg. Es wird wahrscheinlich noch fünf bis zehn Jahre dauern. Und es gibt Leute, deren Häuser wurden weggespült. Es gab 130 Tote. Aber wir wissen auch, wie du darauf reagiert hast. Es hat dich halt kalt gelassen. Du hast dann nur irgendwas vorgetäuscht, dass du deinen Müll dahin schicken würdest, damit du dich halt wieder als gut darstellst. Als Samariter, der sein Zeug mit den Menschen teilt und dann noch seinen Abfall dahin schicken will. Also das ist das Hinterletzte. Mit meinem YouTube-Kanal versuche ich Leuten Kraft zu geben, die unter Mobbing leiden. Denn nichts anderes ist es, was man mir antut. Gut, ich möchte jetzt... Ja, genau. Du bist das Mobbing-Opfer. Du bist doch eigentlich jemand, der das nur ausnutzt. Du bist kein Mobbing-Opfer. Mobbing ist immer unprovoziert. Und du provozierst. Du willst das Ganze haben, damit du die Show haben kannst. Die Show mit dem Drachenlord und mit den Hatern. Das ist nämlich das, was sich für dich verkauft. Sicherlich den Pseudo-Psychologen und den möchte ich gerne ein Gutmensch raushängen lassen, denn ich... Er brauchst du auch nicht versuchen. Das kauft dir kein Mensch ab. Wir wissen, was du für ein Mensch bist. Ich bin definitiv kein Unschuldsblatt und... Lamm, Rainer. Lamm. Naja. Versuch später nochmal. Man sieht es anhand der Verurteilung. Man sieht es aber auch anhand dessen, dass ich halt auch zuschlagen kann. Ähm... Ja, Rainer. Und halt nicht... Dich braucht keiner vorher zu provozieren, damit du das machst. Oder auch zu schlage. Naja. Man hat ein Video damals bei der Verhandlung angeschaut, wo ich den Typen, der Hausflidensbruch begangen hat, gepackt habe und vier, fünf Mal auf den Kopf geschlagen habe. Ähm... Der Typ hat keine Gehirnerschütterung gehabt und noch nichts anderes in der Richtung Wasser. Rainer, dazu habe ich ja schon beim letzten Mal was gesagt, dass der Typ es halt wirklich ein bisschen übertrieben hat in meinen Augen. Aber auch versuchte Körperverletzung wird gleich behandelt. Da gibt es keinen Unterschied, ob du dem jetzt noch eine Gehirnerschütterung verpasst oder nicht. Da ist beim... Erstmal kein Unterschied. Das kann natürlich beim Strafmaß später noch einen Unterschied machen bei der Beurteilung. Und wenn er natürlich bleibende Schäden hat, ist es keine gefährliche Körperverletzung mehr, sondern irgendwann schwere. Aber trotzdem, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee? Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an meiner Sozialisation, aber ich würde nie auf die Idee kommen, auf jemanden einzuschlagen, der sich überhaupt nicht wehren kann. Also, geht auch nicht in meinen Kopf rein. Ach, du bist ein Puddingteilchen. Wie willst du denn richtig durchziehen? Deine Möchtegern-6-Jahre-Kammsport-Lü-Lü-Lü-Geschichte, die kannst du dir sonst wo hinstecken. Natürlich, du wolltest dem wehtun, du hast zugeschlagen. Jetzt erzähl doch nicht, du hättest das nur angetäuscht oder irgendwas. Das ist doch völliger Unfug. Ja, bestimmt. Deswegen hast du auch jemanden eingeschlagen, der sich nicht wehren konnte. So sehr hattest du dich auch unter Kontrolle. Wer soll dir das glauben, diese Geschichte? Wer bist du denn in deiner Geschichte schon wieder? Bist du Son Goku oder hast du geleuchtet, als du den geschlagen hast? Was kommt jetzt noch? Ich habe in meinem Leben dreimal die Beherrschung verloren. Du verlierst andauernd die Beherrschung. Jeden Tag, jedes Mal, wenn du streamst, jedes Mal, wenn irgendwer auf der Straße steht. Du brüllst rum, du gehst raus. Du eskalierst doch völlig. Was heißt denn dreimal in deinem Leben? War das in der Schule, da wo du jemandem den Kopf auf den Tisch gehauen hast, der danach ins Krankenhaus musste, wo du danach gelogen hast, das hättest du nur ganz sanft gemacht und der hat sich einfach auf den Boden geschmissen und die Ärzte haben trotzdem gesagt, dass er irgendwie ein Trauma hätte. Das haben die Ärzte mit Sicherheit auch nur gelogen, um dir zu schaden. War wahrscheinlich wieder Mobbing. Oder du hast uns angelogen und du hast die Person halt wirklich verletzt. Ein Jahresspecial, theoretisch gesehen. Aufgrund des Ganzen, Umzugstress, aufgrund des Ganzen mit der Polizei und... Den Umzugstress. Irgendwie erzählt er uns dauernd nur, dass er am Zocken ist. Und irgendwelche Vlogs hochlädt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas großartig vorbereitet hat. Ich meine, normale Menschen würden hingehen, Koffer packen, überlegen, wie sie es machen, würden ihre Freunde und Bekannte anrufen, damit sie ihnen helfen vielleicht beim Umzug. Oder halt, wenn mehr Cash da ist, halt ein Umzugsunternehmen engagieren. Aber was hat Reini denn vorbereitet? Er hat doch einen winzigen Stellraum am Ende, so einen Lagerraum halt gehabt, wo ein paar seiner Sachen reinkamen. Und die noch in einem Zustand, dass sie ja überhaupt nicht gereinigt oder gepflegt wurden. Also, dieser Stress, den möchte ich auch mal haben, den du hast. Mit dem Gericht und allem bin ich noch am überlegen, ob ich überhaupt groß was mache. Eigentlich wollte ich was Schönes, Großes aufziehen. Zehn Jahre YouTube ist jetzt kein Pappenstil, ist jetzt nichts... Ja, was willst du denn feiern? Wirst du die Leute einladen, mit denen du angefangen hast? Die wollen doch alle nichts mit dir zu tun haben. Du merkst, merkst du nicht, was deine Vita für eine Katastrophe ist? Da ist nichts zu feiern. Und das wird ja noch schlimmer. Noch hast du ja noch YouTube, das hört ja auch irgendwann auf. Also, 20 Jahre wirst du da nicht feiern können. Eigentlich Kleines, aber ehrlich gesagt, habe ich überlegt, diesen Tag einfach so dann hingehen zu lassen. Weil ehrlich gesagt, bin ich wirklich stolz darauf, die letzten 10 Jahre auf YouTube überlebt zu haben. Bin auch nicht stolz darauf, die letzten 10 Jahre auf YouTube meine Videos gemacht zu haben. Ja, das ist ja auch keine Qualität, keine Leistung. Da ist nichts, worauf du stolz sein kannst. Du hast am Anfang noch ein bisschen deine Dulli-Videos gemacht. Die waren ja irgendwie noch ein bisschen zum Schmunzeln. Hier die vier Knalltüten in der Schanze und sowas. Da hast du ja wirklich was gemacht. Ich meine, es war ja wirklich nicht auf hohem Niveau. Aber nach deinen Möglichkeiten. Man hat gesehen, du hast dir Mühe gegeben. Das hat ja irgendwann aufgehört. Du hast doch keine Animationen mehr gemacht. Schneiden und sowas. Ach, hör mir auf. Das wäre ja Arbeit gewesen. Äh, bin auch nicht stolz darauf, wie ich mich verhalten habe anderen Menschen gegenüber. Ja, aber du sagst auch irgendwann sehr gerne, dass du dich nie hinterfragst. Und wer sich nicht hinterfragt, der wird sein Verhalten auch nicht ändern. Und du wirst auch in Zukunft nicht anders mit deinen Mitmenschen umgehen. Und, äh, ja. Du wirst auch weiter halt alleine bleiben. Letzten Endes, ich hoffe, dass die Zukunft doch anders laufen wird. Und ich hoffe, dass sich früher oder später die Menschheit mal darüber im Klaren ist, was Mobbing aus Menschen machen kann. Ja, hau die Floskeln raus. Die Menschheit hat nicht verstanden, was du für ein armer Mensch bist. Das ist klar. Wie gesagt, es gibt Menschen, die wirklich unter Mobbing leiden. Das sind arme Schweine. Wenn die wirklich ungerne dran denken, zur Schule oder zur Arbeit gehen, die dann fertig gemacht werden. Äh, das ist furchtbar. Das ist auch nicht in Ordnung. Ähm, aber was du machst, ist einfach nur, äh, Antwort auf deine Provokation. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm. Am Sonntag fällt der Mitglieder-Stream aus. Dafür gibt es den Halloween-Stream. Ich hoffe, das ist okay für die Leute, die Mitglied sind. War das so ein lustiger Stream, wo er sich angemalt hat? Also, ich hoffe schon. Also, das sieht echt immer am albernsten aus. Und das hat ja nichts mit Halloween zu tun. Das hat ja eher, naja. Wie weiß ich nicht. Mit Geisterhaus oder irgendwas zu tun. Mit ranzigem Geisterhaus. Ähm. Ähm, ich hab mir noch nichts Konkretes überlegt, äh, was die Sache mit Phasmophobia angeht. Weil geplant ist nämlich jetzt, äh, vielleicht so eine Stunde oder was ein bisschen labern und vielleicht eine Stunde Phasmophobia. Und dann vielleicht nochmal eine Stunde labern und dann, denke ich, nach drei Stunden, vier Stunden dürfte dann der Stream auch durch sein. Äh, wir werden den Stream nicht spät am Abend machen. Zumindest ist es noch nicht geplant. Äh, das wird sich dann noch ergeben, wie ich den dann plane. Und, äh, ich denke, wir werden einen halbwegs vernünftigen und halbwegs erträglichen Stream hinbekommen. Zum Beispiel. Ja, sollte es das Ziel sein, etwas halbwegs erträglich zu machen? Also, wenn ich auf der Arbeit irgendwas mache, will ich es nicht halbwegs erträglich haben. Ich möchte damit, dass alle, äh, das erreichen, dass alle zufrieden sind. Naja, und besonders, du bietest ja eine Dienstleistung an. Du bist Unterhalter. Und dann zu sagen, ja, ich möchte euch halbwegs erträglich unterhalten, das ist jetzt, sag ich mal, schwierig. Abschluss möchte ich noch was sagen. Es wurde mir gesagt, ich selbst habe weder nachgeschaut, noch habe ich mich dafür interessiert, noch interessiere ich mich dafür. Deswegen wird es erwähnt. Aber ich habe mitbekommen, dass anscheinend Unge, ähm, einen Stream über mich gemacht hat oder ein Video über mich gemacht hat oder ein Reaction über mich gemacht hat, irgendwas in die Richtung. Gilt übrigens auch für Tanzverbot und für, für KuchenTV und für, wie sie alle heißen. Es gilt auch für Mr. Herr Newstime. Ähm, ich würde euch, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr aufhören würdet, euch an meinen Videos und an meiner Situation hochzuziehen. Reini, du bist eine Person in der Öffentlichkeit. Andere werden darüber berichten. Natürlich. Es interessiert die Menschen, was mit dir ist, was du machst. Genauso gerade wie dieses Video. Also ich hoffe allen Zuhörern, es macht euch irgendwie Laune, es unterhält euch. Ähm, ja. Mir macht es Spaß, das Ganze zu machen. Ähm, ja. Ja, und genauso machen das die großen YouTuber halt auch, äh, wo ich halt der ganz, ganz kleine YouTuber bin. Aber es macht einfach für mich Laune und das ist ihr Job halt, sowas zu machen. Und dass du halt wenig profitierst von dem, was du reinstellst, liegt halt auch an der Qualität einfach. Die sind halt einfach besser, was sie machen. Das hat einfach eine höhere Qualität. Die Leute sind zufriedener. Euch zu versuchen, dadurch Klicks zu sichern. Denn letzten Endes ist es so, dass alles in der Zeit, als ich euch gebraucht habe, ich keine, oder ich Hilfe gebraucht hätte von anderen YouTubern, ähm, von Leuten, äh, die in einer Situation gewesen wären oder gewesen sind, mir zu helfen. Ja, du wolltest Aufmerksamkeit von denen haben. Du wolltest Klicks abstauben. Du wolltest, als du die Stromlos-Staffel hattest bei dir, wolltest du halt auch irgendwie, dass sie dich unterstützen, dass du Geld bekommst. Du hattest irgendwie es geschafft, fünf Jahre keinen Strom zu zahlen, was ja der Wahnsinn ist. Ähm, und hast dann 15.000 Euro Schulden gehabt. Ich denke mal, ähm, dass da fast die Hälfte irgendwelche Zinsen und Mahngebühren und, äh, die Gebühren von Inkasse-Unternehmen waren, weil sonst ist es ja wahnsinnig schwierig, das zusammenzubekommen. Und dann hast du halt auch noch die Dreistigkeit besessen, ähm, bei einem Stream, wo du Spenden sammeln wolltest für diese Stromschulden, dass du noch irgendwie 5.000 Euro mehr haben wolltest, damit du dir einen neuen Computer kaufen kannst. Und so gehst du halt auch zu den anderen, äh, Streamern, zu den Großen hin, die halt wirklich eine ganze Stufe über dir stehen. Äh, und ich denke mal, dass du auch so dreist zu denen warst, dass du, ja, irgendwas haben willst von denen ohne Gegenleistung. Und da haben die halt keinen Bock drauf. Das kann ich halt auch nachvollziehen. Äh, keinerlei Hilfe gekommen ist. Herr Newstime schreibt sich auf die Fahne, dass er versucht hat, mir zu helfen. Gleichzeitig hat er aber eigentlich nur den Hate weiter gepusht, weil er mich dann letzten Endes wie ein Vollidioten hinstellt. Reini, er hat über dich berichtet. Er berichtet einfach darüber, was im Netz passiert, was andere YouTuber machen, was Influencer machen. Und weil du halt negativ auffällst, das ist ja nicht die Schuld vom Herrn Newstime, aber es ist halt so, Negatives verkauft sich halt besser als Positives. Das ist ja auch der Grund, warum du so bekannt bist. Es ist, von dir gibt es nicht viel Positives. Es ist eigentlich alles negativ, was von dir kommt. Weil er ständig irgendwelche negativen Sachen über mich postet und veröffentlicht und keinerlei gute Worte überhört. Ja, für was denn? Für deine tolle Musik? Wohl kaum. Für deine tollen Streams? Oder für deine High-End-Vlogs, wo du selbst zu faul bist, hinten den Greenscreen mal zu nutzen? Geschweige denn, ihn mal richtig aufhängst. Da ist nichts. Deswegen kommt da natürlich auch nichts. Mit Unge habe ich mal über Twitch, nee, über Twitter damals geredet gehabt, beziehungsweise geschrieben gehabt. Und muss dazu sagen, ich fand ihn extrem arrogant. Auf jeden Fall war das extrem arrogant, wie er sich mit mir unterhalten hat oder wie er mit mir geredet hat. Ich kenne das Ganze jetzt halt nicht, aber er wird sich nicht vor Rainer in den Staub geworfen haben. Und das ist natürlich ein Affront gegen Rainer. Selbstverständlich. Auch noch andere Fälle. Und gilt für alle anderen, die ich jetzt vielleicht gar nicht kenne. Ihr wollet die letzten Jahre nicht über mich berichten, als es mal auch positive Berichte gab. Und jetzt zieht ihr euch an einer negativen Scheiße hoch, nur bei negativ. Rainer, erzähl doch mal, von was Positiven hätten sie denn berichten sollen? Mir fällt beim besten Willen nichts ein in den letzten Jahren. Du hast am Anfang, wie gesagt, deine vier Doodles in der Schanze gemacht, so ein bisschen, du hast versucht, so ein bisschen Comedy zu machen. Das war halt ein bisschen unbeholfen, aber harmlos. Und was danach kam, war doch nur Hater, Hater, Hater. Da ist nichts, wo du gut wegkommst. ...die Scheiße noch mehr Publicity bringt. Finde ich persönlich eine sehr traurige Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal ich eigentlich gedacht habe, dass ihr besser seid als das. Speziell Unge und Herr Newstime sind YouTuber, die eine relativ große Reichweite haben. Tanzverbot inzwischen auch. Ich bin eigentlich der Mann, dass ihr es nicht nötig habt, euch an einem kleinen YouTuber mit knapp 100.000, 150.000, 160.000 Abonnenten hochzuziehen. Ja, wie soll das denn auch funktionieren? Wie soll man sich denn an dem kleinen hochziehen? Merkst du doch selber, dass das nicht klappen kann. Die haben es nicht nötig. Die berichten einfach nur über das, was die Leute wissen wollen. Da hast du eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle drin. Du bist ja nicht aktiv daran beteiligt. Du bist einfach der, über den berichtet wird. Du hast die passive Rolle dabei. Du bist quasi der Devote-Typ. Habe ich mich vielleicht auch getäuscht. Ihr wolltet mir nicht in einer Zeit beistehen, in der ich Hilfe gebraucht hätte. Jetzt braucht ihr auch nicht über mich labern oder hinter meinem Rücken über mich reden, wenn es mir noch dreckiger geht. Die reden nicht hinter deinem Rücken über dich. Das sind deren Streams, deren Videos. Das ist ganz offen. Das kriegst du auch alles mit. Aber natürlich geht es um dich und du stehst gerade vor Gericht. Glaubst du, was wollen sie denn Positives machen? Es ist Quatsch. Finde ich sehr schäbig. Und tschüss, tschüss. Ich sehe ein bisschen zerstört aus. Ja, stimmt. Bisschen wuschig. Bin erst aufgestanden. War bloß gerade immer kurz ein bisschen duschen. Haare gewaschen habe ich jetzt nicht extra. Ähm. Das finde ich auch skurril. Das machen doch eigentlich nur Frauen, oder? Also wenn ich schon mal unter der Dusche bin, wasche ich irgendwie alles. Gut. Bei mir, bei meiner langen Haarfrisur, macht das auch nicht so einen Riesenunterschied. Also ich kaufe kein Shampoo. Ich nehme einfach normales Duschgel für den Kopf. Halloween. Ich habe schon das passende Shirt an. Ähm. Weiß ich. Hast du dich als Kürbis verkleidet? Den Gag habe ich verstanden. Und der gefällt mir. Ich schmunzle das erste Mal heute. Ich sage nicht hundertprozentig, wann ich streame. Irgendwann gegen Abend auf jeden Fall. Man muss jetzt der Akkule, der war schon mal halb voll. Äh. Gut. Machen wir es kurz. Oder wartet mal, wir machen es anders. Das gefürchtete Ladekabel. Ähm. Ähm. Warst du wirklich geplant? Das ist echt Vorbereitung. Sowas kann man auch nicht vorher machen. Nochmal ein neuer Anfang. Nö. Einfach weitermachen. Es ist alles Zeit, die gesendet werden kann. Das weiß ich noch nicht. Also ich werde auf jeden Fall mich vorher noch rasieren müssen. Äh. Weil es ein bisschen Schminke und so weiter geben wird. Äh. Ich weiß nicht. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn ich mir das ganze Gesicht rasiere. Also auch den Schnauzer ab. Dann kann man sich... Ganz ehrlich, Rainer. Es gibt nur ein paar, meiner Meinung nach nur wenige Männer, bei denen ein Schnurrbart gut aussieht, denen der wirklich steht. So hier wie der Schauspieler aus Magnum hier. Der kann das gut tragen. Bei dir sieht es genauso dullyhaft aus, wie es bei mir wahrscheinlich aussehen würde. Deswegen trage ich auch keinen Schnurrbart. Nicht mal im Movember. Ich besser schmink, ne? Ähm. Weiß jeder Mann, der sich schon mal geschminkt hat mit Bart? Natürlich geht es... Ähm. Selten, Rainer. Aber ich bin jetzt auch... Ähm. Naja. Ich bin nicht quer. Nichts trotzdem, aber das bleibt dann immer alles im Bart hängen. Das wird man dann sehen. Das machen wir dann im Stream. Ich überlege es mir noch, wie ich das mache. Ja, ansonsten. Ich habe mir ein paar kleine Überraschungen überlegt für den Stream. Ob der jetzt wirklich gut ankommt oder nicht, weiß ich nicht. Ähm. Auch ein paar fiese Überraschungen. Ähm. Zwischen zwei und vier Stunden eingeplant. Ähm. Davon etwa zwei Stunden Phasmophobia. Etwa eine Stunde Banjo. Vielleicht auch mehr. Ich würde gerne die Halloween-Map von Banjo-Kazooie machen. Das würde zu Halloween gut passen. Und dann würde ich zwei, drei Runden Phasmophobia mit euch spielen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht labern wir danach noch ein bisschen. Das kommt dann darauf an, wie dann der Tag gelaufen ist. Das kommt natürlich auch darauf an, wie aktiv die Hater von meiner Haustür sind. Wie ruhig oder wie aggressiv das alles ist. Äh. Natürlich. Die Hater haben da einen großen Einfluss drauf. Du kannst die ja auch nicht einfach draußen einfach stehen lassen. Die Kameras mal ausmachen. Einfach chillen und in dich gehen. Wenn du schon so ein spezielles Programm hast. Wie zu Halloween. Nein. Die Hater. Die Hater stehen immer an Nummer eins. Ob ich vorher schon mal streamen, so ein klein bisschen normalen Stream, das weiß ich noch nicht. Ja. Es tut mir leid, dass im Moment nicht so viele Videos kommen. Aber ich bin momentan ziemlich viel am rumtun und machen und keine Ahnung. Und es sind schon wieder Leute von meiner Haustür. Schon das zweite Mal innerhalb von... Ja, natürlich. Die Hater sind wieder da. Sie müssen erwähnt werden. Es wiederholt sich. Das Leben ist ein ewiger Kreislauf, habe ich das Gefühl. Besonders bei dir. Und die Platte wird bei dir abgespielt und die Hater werden erwähnt. Das ist eine Konstante bei dir. Stunde. Na gut. Ciao, ciao. Gott, habe ich Augen der Dinge. Day two. Ähm. Hat er sich jetzt weiter an den Rand gesetzt oder fällt langsam der Greenscreen komplett auf der Seite ab? Ich weiß es nicht. Naja. Und irgendwie hat er auch auf der anderen Seite direkt neben dem Stuhl komische Flecken. Ich weiß nicht, ob da mal irgendwas gegengeschmiert wurde. Aber sowas lässt sich ja auch nicht abwaschen. Naja. Er hat halt viel zu tun. Ich hatte dann ja eine Schätzung aufgestellt ab dem 17.10. letzten Monats, wo dann gesagt wurde, es sind 554 Leute am 17. gewesen. Und meine Schätzung war ja für Ende des Monats, sprich dem, war das jetzt der 30. oder 31.? Äh, für den 31., also für Ende Oktober. War ja dann geplant, ja, ist es jetzt, äh, wie heißt es, habe ich eine Schätzung aufgestellt von 1108 Leuten, äh, die wahrscheinlich im Oktober da sein werden. So, jetzt ist die Schätzung natürlich nicht mehr Schätzung, sondern mittlerweile real. Du hast geschätzt, dass 1008 Leute oder 1108 Leute kommen? Das klingt mir nicht nach einer Schätzung, sondern sehr genau, oder? Weil ich habe mir die Leute aufgeschrieben. Man muss natürlich dazu sagen, dass ich immer mal wieder Leute nicht mitbekommen habe. Als ich vor Gericht war, habe ich Leute nicht mitbekommen, also kann es mal 20 Leute hin oder her sein. Was heißt hin oder her eigentlich nicht? Also es könnten 20, 30 Leute mehr gewesen sein, als ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Äh, kommen wir zu den Fakten. Ähm, äh, am 17. hatten wir einen Zwischenstand von 454 und insgesamt gewesen sind es letzten Endes, äh, 1061. Ja, und jetzt müssen wir all die Leute abziehen, die mit dem Fahrrad langgefahren sind, die mit dem Hund spazieren gegangen sind, die mit ihrem Traktor zum Feld und wieder zurückgefahren sind und dann sind es schon wieder wesentlich weniger. Wie gesagt, immer Wurzel ziehen und abrunden. Dann hat man die ungefähre Zahl. Äh, ist schon eine harte Nummer. Äh, steht jetzt zum Beispiel schon auch gerade wieder zwei Leute hier vorm Haus. Ähm, äh, hier Vorfälle hab, wo dann, jetzt muss ich gleich mal raus, sonst ist die Post da. Mit denen muss ich ja ans das Wörtchen reden. Äh, hast du keinen Briefkasten? Hast du eine Klingel? Nee, ne? Sowas hat die Schanze nicht. Du guckst einfach auf deine Kamera und wenn du Glück hast, hubt der Typ. Na gut. Ähm, äh, dass die, äh, ja, wir machen gleich weiter. Ich muss kurz zur Post raus. So, wieder da. Äh, ist schon eine harte Nummer. Ich weiß nicht, Reini, wusstest du, wenn du einfach auf Pause drückst und wiederkommst, dann fällt es den Leuten gar nicht auf. Dann brauchst du nicht die ganze Zeit diese Zwischengeschichten zu erzählen, weil wirklich interessant ist das jetzt nicht, ob der Postbote da ist oder nicht. Ich meine, du machst einen Vlog von ungefähr fünf Minuten und ein Anteil davon ist, äh, der Postbote ist da. Also, noch langweiliger geht's ja nicht. Äh, ähm, 1061 Leute im Oktober, Cut. Äh, ähm, ähm. Ähm, ansonsten. Äh, 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 Vlogs. Ähm, ich werde, denke ich, wieder schauen, dass ich wieder jeden Tag einen Vlog mache. Heute fange ich mir an, Montag, aber das Dienstag, weiß nicht, Monag, das Dienstag. Ich habe noch immer keine festen Pläne und Zeiten. Ich habe überlegt, jetzt jeden Tag einen Stream zu machen. Ja, wollen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Ansonsten denke ich, wird es da erst einmal ganz normal weitergehen. Videos, Streams, ganz normal. Für die nächsten Monate. Für die nächsten Monate ist das Problem, dass ich noch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Also was die Videos angeht. Eine Frage stelle ich mir, wenn ich mir seine Vlogs anschaue. Aber guckt er sich die Videos danach nochmal an? Ihm muss doch auffallen, dass diese ganzen Amps und dieses Gestottere, dass das nur Leerlauf ist und furchtbar nervig. Das ist ja schon alles zusammengeschnitten. Dank geht nochmal raus an Winklers Liste. Und normalerweise ist das ja die Hälfte dieses Videos einfach nur Gestarre irgendwo hin. Und ähm und äh, findet er das in Ordnung oder ignoriert er das einfach? Lädt er das einfach so hoch? Ist Content, passt schon. Weiß ich nicht. Also ich mache das ja auch nur ein bisschen als Hobby. Ich schneide da jetzt auch nicht großartig rum. Wenn ich es völlig verkacke, dann nehme ich es neu auf. Oder schneide mal ein bisschen was zurecht. Aber ähm, irgendwie alles hochladen, da ist doch klar, dass da das meiste ziemlicher Müll ist. Ich habe auf jeden Fall vor, weiterhin zu machen. Also das wird auch im kommenden Jahr sich nicht ändern. Ich weiß aber noch nicht genau, wie mein Leben in den nächsten Monaten aussehen wird. Nach Januar. Ähm, das ist wohl dann alles ein bisschen stressig. Kann, denke ich, auch jeder nachvollziehen, der schon umgezogen ist. Äh, muss noch viele Sachen klären. Ich muss mal umzuklären. Ich muss mich anmelden woanders und so weiter. Äh, nein, wir wissen alle, dass du das nicht machst. Du lebst danach in deiner blauen Knutschkugel. Was hat die Anwältin gesagt? Oder die Richterin in deinem himmelblauen... Nee, Babyblau. Babyblau hat sie es genannt. Da bist du, glaube ich, richtig stolz auf deine Karre gewesen. Babyblau. Mhm. Und ja, ihr merkt, ich habe absolut keinen Plan, was ich sagen will. Eigentlich gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Die Hater... Ja, dann macht man halt auch keinen Vlog. Mach aus und fertig ist. Die Hater sind nach wie vor dumm vor meiner Haustür. Ähm... Ja, die Hater. Die Hater, die Hater, die Hater. Das hatten wir bis jetzt. Das ist die einzige Konstante. Erzählt, dass du heute irgendwas großartig gemacht hast, hast du noch nicht. Die Livestreams laufen ganz normal weiter. Äh, die Mods haben jetzt größtenteils mal ihren Modstatus verloren. Bleibt nicht bei allen, aber ein paar werden ihren Modstatus verloren. Hast du gemerkt, dass es alles Hater sind, dass sie entweder schon immer Hater waren oder zu Hatern geworden sind? Naja, das ist irgendwie der natürliche Gang. Sonne geht auf, Sonne geht unter und ein paar sind halt anscheinend Drachis und danach sind sie keine mehr. Entweder sind sie für immer weg oder sie sind Hater geworden. Ich habe das nicht zurückbekommen. Ähm... Tschüssi. The next step. Ähm... Leider kann ich euch nicht viel erzählen. Ähm... Wirklich viel zu erzählen gibt es. Nein, nee. Du hast links von deiner Seite auf deinem T-Shirt ziemlich viele Krümmel drauf. Willst du nicht mal ein neues T-Shirt anziehen? Das sieht echt ranzig aus. Allerdings nicht. Den Stream gestern, das war irgendwie katastrophal, weil es mir momentan nicht gut geht. Ich nehme momentan auch ein Milliton ziehen. Einmal die Stunde. Richtig gut. Also ich würde dir einfach empfehlen, die Zuckerwürfelchen zu lutschen, die du ja in deinen Kaffee-Killoweise reinschmeißt. Die sind deutlich preiswerter als Millitonsin und der Wirkstoff ist derselbe. Äh... Fertig ist dann Abend dann noch Fieber. Nur so ein leichtes Fieber ist dann auch gleich wieder weg gewesen. Äh... So leicht erhöhte Temperatur, vielleicht ist nichts Ernstes. Äh... Reini, du hattest Mengenergrippe und das trotz deiner Dorf-Dulli-Abwehrkräfte. Das ist der Hammer. Oh, schönes Bild übrigens. Corona ist es nicht. Das kann ich euch sagen. Warum? Hast du dich getestet oder glaubst du das? Glaubst du, dass du so ein besonderer Mensch bist, dass du fühlen kannst, ob es Corona ist? Also ich hatte während Corona auch eine Erkältung. Und es wäre ja naheliegend gewesen, dass es vielleicht Corona ist. Ich habe mich getestet, es war dann negativ. Aber das kann man nicht fühlen. Glaub mir. Glaube ich jedenfalls nicht, weil wo soll ich das herhaben? Äh... Ja, Reini... Irgendwo her. Du gehst ans Tor, wo der Postbote kommt, der könnte es zum Beispiel übertragen haben. Weiß ich nicht. Aber dass du gar keinen Kontakt zu Mitmenschen hast, glaube ich auch nicht. Und die anderen haben es auch irgendwo herbekommen, obwohl sie ihren Kontakt auch stark reduziert haben. Die einzigen Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, waren die Leute bei Gericht. Ansonsten... Ja, reicht doch. Und die können keine Viren übertragen, oder... Was ist denn mit deinen ganzen Freundinnen? Freundinnen aus Denken 1, Freundinnen aus Denken 2, die wilde Lisa... Ich weiß nicht. Gut, die wilde Lisa ist geschützt mit ihrem quasi Ganzkörperkondom. Da kann nichts passieren. Aber bei den anderen beiden, das ist ein Hochrisikobereich, Rainer. Ja, da spricht wieder der große Virologe. Rainer Winkler. Natürlich kann man sich irgendwo infizieren. Das geht ganz schnell. Manche haben Glück, die anderen haben Pech. Ich weiß aber noch nicht, was macht man heute streamen? Ich weiß nicht. Und wenn du erkältet warst, wo willst du denn diese Viren hergekriegt haben? Oder diese Bakterien? Die musst du doch auch irgendwo herbekommen haben. Also, es ist kompletter Quatsch. Im Moment ist jetzt ein bisschen die Lust und die Laune weg. Ich habe auch überlegt, ob man Benjo-Tui anfangen sollen. Aber auch da ist im Moment die Lust und Laune weg. Ja, im Livestream habe ich mitgekriegt, dass einige Leute aus meinem Mod-Team rausgeflogen sind. Ja, die sind jetzt halt einfach raus. Äh, ja, ne. Ist einfach so. Sie haben für ihn gearbeitet und jetzt weg, neue her. Soziale Bindungen gibt es halt nicht. Die Leute haben vor ihm zu knien, haben für ihn zu arbeiten und gut ist. Ich schaue momentan die Final Destination-Reihe. Ich habe mir die Tremor-Reihe angeschaut. Also, ich persönlich feiere ihn. Ihr habt einen schönen Sonntag. Äh, schönen Sonntag, genau. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Mittwoch. Mittwoch müsste heute sein. Ja, Rainer, so ist das halt. Wenn man keinen geregelten Tagesablauf hat, dann ist es normal, ähm, dass man nicht weiß, welcher Wochentag ist. Das ist mir das letzte Mal so gegangen. Ähm, ich habe neben der Arbeit noch ein Abendstudium gemacht. Und als die Klausuren anstanden, habe ich mir halt mehrere Wochen Urlaub genommen, um mich auf diese Klausuren vorzubereiten. Und da hatte ich natürlich auch gar kein, äh, Gefühl mehr für die Wochentage. Ich stand dann auch irgendwann Sonntag vor dem Laden und habe mich gewundert, dass der zu hat. Ähm, ja. Und bei dir ist das ja immer so. Das muss ja viel schlimmer sein. Natürlich weißt du nicht, welcher Wochentag ist. Für dich ist jeder Tag gleich. Nur, manchmal haben die Geschäfte auf, manchmal nicht. Und, äh, bleibt sauber, zieht euch ordentlich an. Wir haben heute zumindest bei uns... Wirst du mich verarschen? Zieht euch ordentlich an? Und dir? Für den Flecken auf dem T-Shirt? Das will ich ja wohl überhört haben. In der Gegend, äh, Regenwetter angekündigt. Vor allem für heute Abend soll es richtig gestürmisch, richtig gestürmisch des Wetters sein. Äh... Also, liebe Hater, habt ihr gehört, wenn ihr da hinfahrt, zieht euch ordentlich an. Tschüss, tschüss. Ja, das war's. Die Vlogs von ihm. Es ist, ja, eigentlich immer ähnlich, aber es ist trotzdem irgendwie immer witzig, wenn ihr davon erzählt, was er alles gemacht hat, rumgewuselt und natürlich immer, es sind die Hater. Das ewige Thema bei ihm. Naja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne ein Like da. Gerne auch ein Abo rausschmeißen. Es kommen noch weitere Videos. Es macht mir richtig Laune momentan. Und falls ihr bei dem ganzen Geschwafel wieder vergessen habt, wo ihr seid. Du heißt wie erst Rüdiger, heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger.